Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Projekt und zwar dem Challenge Projekt zusammen mit dem LS Profi. Link dazu natürlich zu ihm in der Infobox und er tut da schon wieder fleißig zu arbeiten und jetzt würde ich sagen, machen wir da weiter. Schauen wir mal auf jeden Fall Leute jetzt auch wenn ihr in die Kommentare habt, wir haben uns die Zeit mal auf fünf gemacht und ansonsten haben wir zu lange nichts zu tun und das ist ja auch eine Kacke. Wobei ich habe jetzt mal genutzt mit dem Einfahren aber hier. Es geht nicht immer nur um mich. Und der Kollege, was waren Sie denn so schönes? Ich bin mir gerade am überlegen nur was zu kaufen. Will der Kollege was kaufen? Dann würde ich sagen, schnappen wir uns nochmal den Dünger und dann müssen wir kurz zum Elu. Servus. Moin. Jo, und zwar hätte ich den ersten Aufdruck für die. Ja. Und zwar die Nummer 14. Dreschen. Da ist Gerste drauf. Jo, und der Strom einfach liegen lassen. Jo. Passt. Rechnung schickst du mir dann. Jo. Passt. Jo. Passt. Jo. Passt. Danke. Jo. So, da bin ich wieder. Jo. Jo. Sooo. So. Bin ich schon gespannt auf eure Kommentare, was ihr geschrieben habt. Also, ich hab mir das Video gemacht. So. Justine. So, da geht man auch so ein bisschen. Jo. So, ich habe das noch mal gedacht. So, da geht man auch so ein bisschen. Jo. Das macht ja nichts. jetzt muss ich kurz noch schauen aber bitte nix beim gegner in die kommentare schreiben so der blick hat sich schon ausgezahlt aber das wird sich gleich erinnern auf dem konto stand oben was hat er gemacht was hat er gemacht ich habe ein ganz ungutes gefühl was zwei haus hier aber besser als nichts und natürlich wenn ihr wieder beim l u bewerben wollt gern kommentare schreiben so er hat sich So hat sich leider nichts gebrocht, da jetzt der Schnauz greift ist, kann man ja nichts mehr düngen, das ist Feld Nummer 14, Gerste, wenn sie was brauchen, bin immer gern dort zum Hornung. Alles gut. Ach ja, Leute. So, da la, dann fahren wir natürlich wieder auf den Hof oder Weg, warum sonst? Nicht schon wieder der Gully. Haben Sie ein Date mit dem Gully, Dicke? Irgendwie ja schon. Jede Folge. Guck mal, ob der Kollege hier noch übrig gelassen hat, was für Stroh oder ob ich weg zum anderen Dics fahren kann. Stammkunde, oder wie? Oh ja, der hat schon alles weggemacht, ey. Mach das aber auch schnell weg, ey, das ist ja nicht normal hier. Aber auch wieder, oder kauf die ich dann tätig kann. So, dann tun wir die Folge noch einmal entspannen und dann in der nächsten Aufnahmesession wird richtig reingekasselt. Dann wird der Gegner einmal im Grund und Boden gemacht. So, ich habe ein Big M auf meinem Hof stehen, ey. Haben Sie schon gesehen, meine neue Investitionen hier, die ich sehe. Ich habe schon ein Big M gekauft. So viel können Sie sich gar nicht leisten. Das ist mein Big M. Und schon wieder am Arbeiten. Jaja, muss gemacht werden hier. Ohne Fleiß kein Preis. Ich bin kurz einmal im Milu. Servus. Okay. Der L.U. scheint nicht so besetzt zu sein. Das L.U. ist aber gerade nicht besetzt. Wie? Na, der ist nicht da. Ich bin gleich wieder da. Servus. Jo. Ah, jetzt. Ja, und zwar habe ich unter meinem Hof, da ist jetzt so eine grüne Wiese da. Ja. Könntest du mir die bitte mähen? Schwartablage? Äh. Ja, so. Damit es nicht Schwarten braucht, also Schwartablage, ja. Jo. Passt. Danke. Jo. Danke für Ihr Vertrauen. Ach. Alles. Lieben gerne. Danke. Rechnung wie immer. Und mir dann später, wenn es fertig ist. Jo. Passt. Danke. Jo. Oh, bitte. So, jetzt wird richtig reingekasselt. Ui, 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 das hört sich ja gut an. Ach. Ach, ja. So. Was ist denn? Dann würde ich sagen, rahme einmal den Hof zusammen. Jo. Ich muss mal kurz ins Lohr. Jo. Vergesst nicht so spionierend bin und, ja. Natürlich nicht so auffällig, aber schreibt es gerne einmal, was er macht in die Kommentare bei mir. Und. Jo. Vergesst nicht bei ihm vorbeizuschauen. Und dann. Machen wir das so. Aha. Echt, warte. Und somit auch. Alles klar. Jo. So. Dann ist die erste Aufnahme von Session A vorbei. Jetzt muss ich einmal kurz so hinten. Ah. So. 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 Vielen Dank. So meine lieben Freunde, dann war es das auch schon mit der ersten Aufnahme und dann vergiss nicht beim nächsten Mal wieder vorbeizuschauen und dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut. Tschüssi.